Ich hatte euch ja schon berichtet, dass Drew Carpishin, der Autor der Darth Bane und einiger The Old Republic Roman und der Hauptentwickler bei Knights of the Old Republic ein Reddit AMA vor kurzem gemacht hat. Hier hat er auch etwas über die Anfänge von KOTOR preisgegeben. So wie es aussieht, scheint das Team hinter KOTOR nämlich sehr gut auf ihre Aufgabe vorbereitet gewesen zu sein. Vor dem Release von KOTOR war die Ära der Alten Republik zwar noch nicht so mega ausgearbeitet, aber es gab mehrere Comics, die in den 90ern erschienen waren und teils Jahrhunderte bis Jahrtausende vor KOTOR spielten. Und laut Carpishin hatte das komplette Team die Comics gelesen und konnte so Hintergründe und Easter Eggs in das Spiel mit einbauen und auf der vorherigen Story aufbauen, anstatt irgendwas zu überschreiben. Und das erkennt man am fertigen Spiel auch ziemlich gut, wie ich finde. Für täglich weitere kurze Stars Videos wie dieses, lass dein Abo mit einem Klick auf die Glocke da.